Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Raid My Match. Dieses Mal mit Kurkov in seiner Chance der Tier-7-Russenkreuzer. Da beginnt die Russenkreuzer-Linie gut zu werden. Machen wir mal die Karte groß. Hier sehen wir, die Karte spielt ein bisschen verrückt. Wir sind in einem Tier-9er-Match gelandet mit vielen Achtern, ein paar Siemern. Uuuuh, das ist nicht so gut. Gut, schauen wir mal. Ich weiß, hier bei A werden wir abgeschnitten. Also A ist ein bisschen abgekapselt, B ist ziemlich offen, C, wo man es hier jetzt nicht sieht, hat ziemlich viele Inseln. Und wenn ich im Kreuzer sitze, vor allem in einem Russenkreuzer, dann ist mein liebster Ort hier C. Hier kann ich mich nämlich hinter den Inseln verstecken. Hier kann ich ein bisschen arbeiten, hier kann ich dann Radar zünden. Gut, das hat die Schorz hier nicht, aber für eine Dimitri Donska und deren Reichweite ist das auch gut. Die Schorz müsste ähnlich wie die Chapayef nicht 17,8, aber ich glaube 17,7 Kilometer Reichweite haben. Das bedeutet, Kurkow hat hier, Kurkow, nicht, warum sage ich Kurkow? Kurkow ist irgendwie russischer. Nedenfalls, Kurkow hat hier noch die 15,2, das heißt, er hat nicht die zweite Feuerleitanlage erforscht. 32.000 XP. Uuuuh, da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Und ich glaube, Kurkow hat mir auch die Ausbaustufe geschickt von seiner Schorz. Die habe ich mir vorher angeschaut, aber ich habe jetzt zweimal das Replay begonnen. Das Replay, das Rape My Match. Hier ist übrigens die Mail. Und da steht drin, er tut sich schwer mit der Positionierung. Da steht auch noch was drin, wegen dem deutschen Hackenkreuz da aufgehe ich dann später in der Endabrechnung ein. Deswegen beginne ich jetzt zum zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich nämlich auf Slowmotion geschalten und habe das dann hier abgehandelt. Und da musste ich husten und habe dann vergessen, das Mikro wieder anzuschalten. Deswegen war das ganze Rape My Match für den Arsch. Deswegen hier kommt Schorz die zweite. Aber keine Angst, ich habe es nicht weit gesehen. Ich habe am Anfang nur zu lange gelabert und dann musste ich husten. Also ab hier habe ich schon nicht mehr gesehen, was denn da passiert. Von der Positionierung her, ja, C ist gut. Chapayef, Kagero kann man unterstützen. Man sieht hier, das ist ein Friedrich der Große mit einer Z46. Und die Atago, das sind alles Gegner, die ich in einer Schorz natürlich nicht unbedingt sehen will. Die Atago kann sich heilen. Die Z46, die ist ein Zerstörer mit Hydro und mit Smoke. Das ist immer gefährlicher, obwohl man die Chapayef da hat. Aber die Chapayef kann schneller ausgenommen werden. Weil hier auch die Friedrich der Große ist und auch die Norca ist in Reichweite. Ei, ei, ei. Friedrich der Große kommt jetzt gleich in Reichweite von der Schorz. Die kann nämlich nicht weiter als 21 Kilometer schießen. Wenn man nicht unsägliches und schiffsverachtendes mit ihr macht und ihr ein Reichweitenmodul ausrüstet, was vollkommen für den Anus ist, weil die eine Streuung hat wie... Ach, das wollen wir gar nicht probieren zu erklären. Mir wäre ja, wie gesagt, auf die Schnelle nichts Skurriles eingefallen. Jetzt würde man mit einer Schrottflinte Jellybeans abschießen auf 100 Meter. So was in die Richtung. So, also Friedrich der Große. Wir sind noch zu 12,9 Kilometer. Die Schorz hat ein brutales Concealment. Und wenn man sie auf Tarnung spielt, dann später bei den Kapitänsfertigkeiten. Und hier sind die Kapitänsfertigkeiten, die Krukhoff gewählt hat. Darauf gehen wir dann später nochmal ein. Auch im Endscreen, da gibt es nämlich einiges dazu zu sagen. Das wird wahrscheinlich ein kleines bisschen längeres Rhythmia Match. Und ich glaube, ich muss die Kapitänsfertigkeiten nochmal abhandeln für... Ja, für alle Linien. Ob Kreuzer, Schlachtschiff, DD, für alle Nationen. Das war viel Arbeit. Ich hoffe, ich schaffe es in drei Minuten Videos, wenn ich mich ein bisschen beeile. Aber hier die Positionierung ist gut. Die Norca kann ich auf ihn schießen, weil er hinter der Insel ist. Nur die Atago kann auf ihn schießen. Da zeigt er nicht Wildfreizeite. HE ist immer noch gut. Die 203er der Atago werden mit AP nicht durchkommen. Mit HE macht sie immer Schaden. Aber das ist keine schlechte Position mal. Das Problem ist einfach, ich sehe es auf der Karte nicht. Ich kann mich nicht so gut orientieren wie sonst. Und deswegen wird das ein bisschen... Ja, nicht so profinell wie sonst. Und ich sage extra profinell, weil ich bin ja nicht professionell unterwegs. So, der Brand wurde gelöscht. Wurde gar nichts gemacht. Warum hat es alle jetzt nachgetickt? Oh Gott, ich hoffe, das Replay spielt nicht voll rum. Kein Brand. Atago ist zu. Die hat nämlich auch gutes Concealment. Die Kagerer kann sie nicht aufdecken. C ist erobert. Es besteht eigentlich kein Grund, weiter fortzufahren. Die Bismarck ist außer Reichweite. Die Norca ist in Reichweite, aber hinter der Insel. Aber man müsste wirklich mal die ganzen Inseln sehen. Rukhov ist zu. Er fährt jetzt zurück, damit er besser auf andere Schiffe schießen kann. Wahrscheinlich will er jetzt die Norca unter Feuer nehmen. Und jetzt rauszufahren, also wieder nach vorne zu fahren und links zu drehen, wäre ein starker Fähler. Das dürfte er niemals machen, denn nur die Kagerer ist weiter vorne. Die Atago ist wahrscheinlich auch noch zu. Und wenn er jetzt rausfährt, dann wird er durch die 46 aufgedeckt. Und kann nur auf gar nichts schießen. Auf gar nichts, was da ist, weil alles außer Reichweite ist. Rückwärtsfahren in einem russischen Kreuzer. Bei einer Geschwindigkeit von 14 Knoten generell zu unterlassen, wenn man nicht im Smoke oder hinter einer Insel ist. Es fällt auch vor, hier düst jetzt ein Schlachtschiff oder irgendetwas anderes düst um die Ecke und deckt Krukhov auf. Was passiert dann? Dann wird er versuchen nach vorne zu fahren und ist langsam. Und er ist langsam beim Rückwärtsfahren. Und dann wird er beschossen, frisst Rezitas und ist raus. Deswegen, man fährt mit einem russischen Kreuzer, vor allem nicht mit der Schorz oder mit der Chapayev. Eigentlich mit keinem russischen Kreuzer fährt man, Freizeite zeigend dem Feind rückwärts. Weil das ist, was er macht, er zeigt allen Freizeite. Wenn jetzt der Friedrich der Große einmal blöd her schaut, dann kann das Böse enden. War zu weit vorgehalten. Mit High dürfte er ihn dann aber zum Brenner bringen. Wieder ein weiteres Problem bei manchen Replays. Ich sehe das Fadenkreuz nicht richtig. Ich sehe die Unterteilung nicht richtig mit dem Vorhalten. Hier 10,9 oder 11 Sekunden. Da kann man 11 oder 12 Sekunden vorhalten. Auf die Mitte des Schiffes gezielt, dann trifft man den vorderen Bereich und die Superstructure. Je nachdem, welchen Geschoss, also welche Shell-Arcs und welche Geschossgeschwindigkeit das jeweilige Schiff hat, zündet man dann den vorderen oder den mittleren Feuerspot an. Und da hat er den hinteren Feuerspot angezündet, weil er wahrscheinlich nicht weit genug vorgehalten hat. Aber es ist kein Problem. Hauptsache man zündet einen an. Die meisten Schiffe haben drei, manche haben auch vier Spots, die man anzünden kann. Von daher ist das kein Problem. Okay, er bleibt jetzt hier relativ lange in Teleskopansicht und die Atago müsste ihn eigentlich jetzt beschießen können. Wie gesagt, das ist ein Problem. Ich sehe hier die Insel nicht. Aber ja, die Atago kann ihn beschießen. Friedrich der Große kann ihn auch beschießen. Die Norica müsste ihn von 18,9 Kilometer aus auch beschießen können, obwohl er hinter der Insel steht. Denn sobald er offen ist, und das ist das große Problem, kann er beschossen werden und er steht. Denn sobald man hinter der Insel offen ist, bekommt Flugbahn das gegnerische Schiff, das er markiert hat, hat einen ganz anderen Shell-Arc, einen viel höheren. Ansonsten ist er viel flacher. Und hier, er wird einfach nicht beschossen. Normalerweise die Chapayev und die Atago, die hätten ihn sofort anzünden müssen auf 15 Kilometer. Also, die kämpfen da zwar gegen die Yugumo und die Udeloi, aber, ja, irgendwas muss da kommen. Also, kann nicht sein, dass man auf ein stehendes Schiff nicht zieht. Ja, er hat sich nicht angeboten, er war, jetzt bietet er sich richtig krass an. Jetzt bietet er sich wirklich richtig hart an. Friedrich der Große zielt in die Richtung, aber wird drauf gehen. Das ist ganz klar ein Glücksfall, ein Versagen des Feindes. Die kämpfen da, wie gesagt, gegen die Udeloi da drin und sind jetzt hinter die Insel gefahren, aber vorher, da wären mindestens 10.000 Schaden drin gewesen für den Feind. Jetzt ist er offen, natürlich die Z46 deckt ihn auf. Seht ihr, jetzt schießt die Atago und die Chapayev auf ihn, obwohl sie hinter der Insel sind. Wie gesagt, das geht wegen dem veränderten Shell-Arch, wenn das Schiff, auf das man schießt, markiert ist. Uh, das ist aber ein schöner Treffer. Schöne Treffer auf die Z46, also schießen kann er mal. Da gibt es nichts zu verbessern, wobei Krukow ist ja eigentlich schon länger dabei. Ich glaube, ich habe schon mal ein Ripple von Krukow gezeigt oder jemanden, der so ähnlich heißt. Oder war das dann Krukow ein Kiew? Kann es sein, nicht ein Kiew, ein Kirov-Match? Boah, kann auch sein, dass ich da ganz hart verwechsel. Es sind jetzt mittlerweile schon 50 Replays und hunderte World of Warships-Videos. Da kann es durchaus sein, dass ich ein bisschen daneben komme. Aber er zeigt immer noch Freizeite Atago und Chapayev, wenn sie gleich rumkommen. Hier sind immer noch die Insel und ich hasse es, wenn ich die Insel durchsehe auf der Minimap. Da ist eine Positionierung über die Minimap, um den Überblick zu behalten, sehr unmöglich. Der Atago kommt von hinten. Was kommt jetzt da rum? Oh, Chapayev. Ja, gut, da wird er höchstwahrscheinlich den kürzeren ziehen. Oh, und da kommt noch was. Da kommen Torpedos. Hydrakustische Suche muss an, sofort. Ja, ist an. Ist gut gemacht. Da kommen die Torpedos hart links rein. Die Chapayev ist noch beschissener positioniert als er. Er zeigt nämlich keine Breitseite. Jetzt aber von links. Die Atago kann über die kleine Insel schießen. Und er frisst natürlich von allen Seiten jetzt. So, jetzt. Oh, das ist der Fehler. Er zeigt Breitseite. Das war's. Das hätte er nicht machen müssen. So dürfen. Die Akatsuki hat ihre Torpedos verschossen. Er hätte sich links an die Insel kuscheln müssen und hätte nur mit den vorderen zwei Frontgeschützen auf die Chapayev zielen müssen, bis sie sich verpisst. Dann hätte er drehen können. Hat er aber noch die Akatsuki rausgenommen. Hier rechts ist nur die Z drin gewesen. Ja, und das war der Fehler. Da gibt es dann nicht viel mehr dazu zu sagen. Fehler Nummer eins. Zu weit drin. Das Wichtigste ist immer zuerst die Feuerleitanlage auszubauen bei den russischen Kreuzern, bei Schorz, Chapayev und auch bei der Dimitri Donskoy. Da scheißt man auf den P-Rumpf. Immer zuerst die Feuerleitanlage, um auf Reichweite zu gehen. Dann kann man sie gut mit Haie spielen. Ja, das... russische Kreuzer können statisch spielen, müssen aber nicht. Von da war es halt der Fehler. Er hätte links reinziehen müssen. Quasi die Insights-Deckung vom Beschuss von links von Atago benutzen. Chapayev, wie gesagt, mit dem beiden Frontgeschützen mit AP. Beschießen, nachdem die Akatsuki raus ist. Von rechts hätte er dann immer noch die Z gehabt. Die hätte ihm auch hart drangenommen. Aber wahrscheinlich hätte er noch ein bisschen länger überlebt. Vielleicht hätte noch was... Wäre noch was passiert hier im B. Weiß man nicht genau. Muss man... Hätte man sehen müssen, wenn es andersrum ist. Aber das war eigentlich alles. Er schießt gut und vielleicht ein bisschen mehr... Ja... Speed in den russischen Kreuzern. Ich fahre die gerne auf Vollspeed und ausweichen. Können sie gut auf Max-Distanz, sind sie schwer zu treffen. Wenn die Insel da ist, kann man sie gut nutzen. Die war aber nicht so prall geeignet, weil man könnte nicht viel machen. Aber das lag an der Reichweite. Kommen wir jetzt zu dem, was wir am Ende besprechen. Nämlich hier einmal die Kapitänsfertigkeiten, die mir Krukhoff gesendet hat. Ihr seht es hier. Zwei Einser-Skills, drei Zweier-Skills, ein Dreier-Skills. Das ist ein typischer Fehler, den manche Leute machen. Immer wenn ein Skillpunkt verfügbar ist, wird er eingesetzt. Wichtig ist aber, dass ihr in jeder Kapitänsstierstufe nur einen einzigen Skill auswählt, bis ihr auf der Stufe 4 seid. Denn da kommen die guten Skills. Da kommt Tarnmeister, da kommt AfD, da kommt Brandbekämpfung, da kommt Secondary, da kommt das, worauf ihr hinspielt quasi. Deshalb für die russischen Zerstörer einmal hier den 1-1er-Skill. Der wurde aktiviert und 1 meine ich erste Reihe, erste Spalte. Der wurde gewählt. Der ist dafür da, dass man sieht, wie viele Schiffe auf einen zielen, also welche man aufgeschaltet haben. Ganz wichtig für die Russen. Dann, bei den zweiten, da ist jetzt natürlich die Frage, die Wahl, drehen die Türme schnell genug? Wenn ja, dann nimmt man den 2-7er. Das ist der erste in der Vielseitigkeit hier. Das hat er auch gemacht. Das bedeutet, je niedriger die HP, desto schneller ist der Reload. Den zweiten daneben in der Vielseitigkeit, das ist der Skill, damit man, wenn das Ruder ausgeschossen wurde oder der Motor ausgeschossen wurde, trotzdem noch fahren kann. Der ist nett, aber wenn die in die Situation kommen, außerdem hat man da Repair. Wenn die Türme nicht schnell genug drehen, dann natürlich den 2-3er hier, Elite-Schütze. Für die Russen auf Tier 3, auf jeden Fall Sprengmeister, ist hier auch aktiviert in Reihe 3-7. Also Spalte 7, Reihe 3. Und hier bei der 4er ist bei der Chors, würde ich auf jeden Fall den Tarnmeister dazunehmen. Dann geht man, ja, nicht schneller zu, aber kommt näher ran, wenn dann ein DD daneben ist. Ansonsten ist nicht unbedingt was wichtig da. Da kann man natürlich auch, ja, auf mehr HP gehen, weniger Brand, man kann auch oben ein bisschen wildern. Bei der 7 ist es noch nicht so wild. Aber jedenfalls die Pflicht-Skills 1-1, 2-7 und 3-7. Das ist wichtig. Und danach ist alles im eigenen Ermessen. Kommen wir jetzt zur Thematik der Endscreen. Hier sieht man noch nichts. Das war ein Sieg, 30.000 Schaden. Ja, das ist für eine Chors 30.000 bis 40.000 Schaden. Das ist alles im grünen Bereich. Da musst du dir keine Sorgen machen, Krukhoff. Hier sieht man es. In der Endabrechnung hier werden Mots benutzt. Hier ist zum Beispiel die russische Sichel, der Sowjetunion. Hier ist die Flagge des Kaiserreichs, quasi die Kaiserflagge der aufgehenden Sonne. Dann haben wir hier die Takao. Da ist gar nichts, nur Bullshit. Bei der Yagumo haben wir ebenfalls die Kaiserreich-Flagge. Und hier bei der Bismarck haben wir keine Flagge. Beim Friedrich auch nicht. Nirgendwo haben wir hier Flaggen. Wir haben das auch in der besseren Auswertung, quasi im ausführlichen Bericht. Und hier ist nach der Vorständigkeit, die Kreditpunkte. Und da wechseln wir zurück auf die Team-Auswertung. Ihr seht es, hier ist keine Flagge. Warum ist das so? Weil in der Mail zuerst stand, er hat quasi eine Mott drin für historische Flaggen. Und da ist natürlich auch die Swastika des nationalsozialistischen Regimes drin. Quasi die um 45 Grad geneigte Swastika, rechtsläufig glaube ich, die dann in die Flagge des Deutschen Reiches aufgenommen wurde. Quasi die Heraldik-Flaggenkunde, die Wappenkunde, zeigt uns oder würde uns hier eine Dritte Reich-Flaggezeichen, welche die deutsche Kriegsmarine auch benutzt hat. Das heißt quasi eine historische Flagge. Er hat sie jetzt rauszensiert, weil er nicht wusste, ob ich es sonst zeige oder ob mir das dann recht wäre oder so. Und ich muss sagen, mir persönlich ist das egal. Denn er benutzt nicht die Dritte Welt, die Dritte Reich-Flagge hier, weil er es geil findet und weil er sich dann besser hineinversetzen kann in die Nazis und die sind so super toll. Sondern weil er generell eine historische Flaggenmode benutzt. Und das machen halt Leute, die die Geschichte so akkurat wie möglich repräsentiert haben wollen in einem Spiel. Warum das Wargaming nicht macht, kann ich verstehen, weil es zu viel Arbeit für sie wäre, wahrscheinlich das rauszunehmen für Österreich und Deutschland. Denn Österreich und Deutschland haben ja ein Verbot der nationalsozialistischen Zeichen. Ich weiss nicht, seit 1945 Deutschland, 1947 haben die Österreicher ein Verbotsgesetz, das es verbietet, auf parteilichen oder politischen Ebenen und das alles herzuzeigen. Ich persönlich als Privatperson finde es gut, dass nationalsozialistische oder generell faschistische, rechtspopulistische Parteien verboten werden mit dem Hintergrund des Nationalsozialismus oder der Rassenlehre, der Eugenik. weil das alles Bullshit natürlich. Aber was die Historie betrifft, und so wird es auch in der Kunst oder in Ausstellungen gehandhabt, in Deutschland und in Österreich, da ist es erlaubt, quasi diese nationalsozialistischen Zeichen zu zeigen, auch Dolche, der SS oder die Totenkopf, Uniformen etc. Das ist alles erlaubt zu diesem Zweck. Was ich allerdings nicht gut finde, ist, dass es in Spielen nicht erlaubt ist. Denn Spiele sind, wie bekannt ist, auch eine Art der Kunstform. Ja, das ist wahr. Und man sollte sich vor der Geschichte nicht verstecken. Ich verwende hier jetzt die zensierte Version nicht, weil ich glaube, dass ich Repressalien vom Stadt Österreich oder von YouTube zu erwarten hätte, weil wie gesagt, es ist eine historische Mod, das kam damals vor, weder Gewalt noch Regime verherrlichend ist sie hier im Einsatz. Aber da sie Krukhoff zensiert hat, liegt es ihm vielleicht am Herzen, dass sie zensiert hier gezeigt wird. Nichtsdestotrotz danke euch für das Einsenden des Replays, um hier mal eine Chance zu sehen. Wie gesagt, das ist glaube ich alles gesagt, es gab wenige Fehler bis zuletzt, da hättest du ein bisschen länger überlebt. Vielleicht nicht ganz offensiv fahren, aber hat es keine Wahl mit dem 15,8. Ich wiederhole mich da. Wir sehen uns dann im nächsten Raid My Match. Und wie gesagt, spielt die Spiele wie ihr wollt, das ist eure Sache. Aber vergesst nie die schlimmen Gräueltaten und die Geschichten des Zweiten Weltkriegs. Und dabei möchte ich nicht nur Deutschland oder das Dritte Reich hervorheben. Die kaiserliche Flagge von Japan ist ebenso schlimm unter der wurde in der Manchurei und in Palenkinisen Gräueltaten verübt. Das ist ebenfalls unvorstellbar und mit denen ich will nicht sagen mit denen des Dritten Reiches vergleichbar, denn es gab nicht diese mechanisierte Massenvernichtung. Aber nichtsdestotrotz liest es selbst nach. Ebenfalls Sowjetunion, was die im Ostfeldzug gemacht haben, also von ihrer Seite aus Osten, das ist auch nicht mehr schön. Die große Säuberung, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, das eigene Volk umbringen. Lassen wir das. Kein Land ist ohne Schuld und wer ohne Schuld sei, wer für den ersten Stein. Ich danke auf jeden Fall für das Einsendung, für das Zusehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ganz wichtig bei diesem Thema, aber bleibt objektiv, bleibt ruhig. Ich will keine nationalistischen Parolen hier hören und ich will auch keine anderen verurteilenden Parolen hier hören. Alle Kommentare in diese Richtung werden gelöscht, nur dass ihr wisst. Ciao.